David Irodek war das da, der Cheftrainer der Franzosen aus Tschechien. Kommt er, Kevin Malcev, startet für Estland. Und pirscht sich auch langsam ran an gute Sprünge. Auch der ist wieder gut. Sehr stark beim Debüt als Tourneespringer. 129 Meter Donnerwetter, das ist gut. Toller Sprung. Er hat die Schanze richtig, den Rhythmus der Schanze aufgenommen. Hat sich die Kräfte der Schanze gut verwaltet, den Absprung verpackt. Und dann auch die Drehung im richtigen Moment angesetzt. Nicht zu früh, nicht zu schnell, sondern schön mit.